Das sind ja Freunde Weller Gässchen hier, sehr schmal, können wir mal gucken. Wenn man sich breit macht, man kann beide Wände berühren. Ich kann mich hier anlehnen und beide Wände berührt. Schön solche Gassen, Gässchen, so Hinterwege. Ihr seht, rund 20 Meter, schön kühl im Sommer. Hier eine Konstruktion mit diesem Dach. Ich finde sowas interessant. Ein weiteres Beispiel. Ein bisschen größer die Blöcke. Ein weiteres Beispiel. 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 Ein weiteres Beispiel.